Borussia Dortmund ist allem Anschein nach an Südkorea-Knipser Ge Shung Cho interessiert. Laut Ex-Borussia Dortmund-Profi Lee, der aktuell Vizepräsident beim südkoreanischen Verband ist, hat sich nach dem ersten Spiel gegen Uruguay ein Sportdirektor eines guten Clubs in Europa bei ihm gemeldet, um Scouting-Informationen einzuholen. Als Hinweis gab er dabei an, dass dieser Sportdirektor mit ihm gut befreundet ist und dieser mit ihm zusammen bei Borussia Dortmund gespielt hat. Dabei kann es sich ja fast nur um Sebastian Kehl handeln. Zwischen 2008 und 2009 waren Lee und Kehl gemeinsam bei Borussia Dortmund aktiv. Beim Gespräch ging es dann vor allem um das konkrete Fähigkeitenprofil von Cho. Bei der WM konnte Cho bekanntlich vor allem durch seine zwei Tore gegen Ghana auf sich aufmerksam machen. Entsprechend wird er beim vermeintlich letzten Spiel der Südkoreaner stark unter Beobachtung von Sebastian Kehl stehen. Wenn er dort erneut überzeugen kann, ist es also nicht völlig ausgeschlossen, dass die Dortmunder einen Vorstoß wagen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Cho würde vermeintlich kein allzu teurer Transfer werden und scheint für den BVB ein interessantes Profil mitzubringen. Wenn das Paket aus Leistung und Mentalität stimmt, dann wäre er natürlich ein interessanter Kandidat auf ein potenzielles Upgrade zu Modest, der beim BVB nicht wirklich in Tritt kommt. Sei es deswegen, weil er doch nicht so ganz ins Konzept passt oder weil man sich ihm nicht anpassen will. Doch das Problem an der Stelle, ja, Cho scheint ein durchaus interessanter Spieler zu sein, der mit seinen 24 Jahren definitiv noch das Zeug dazu hat, im Spitzenfußball anzukommen. Aber wer das Südkorea-Spiel gegen Ghana gesehen hat, dem ist bestimmt auch aufgefallen, dass seine besten Offensivaktionen im Zusammenhang mit Flanken und Kopfbällen stehen. Und Spoiler am Rande, auch in der K-League, der koreanischen 1. Liga, glänzt er vor allem nach hohen Bällen. Stärken, die der BVB durchaus gebrauchen kann. Allerdings ist Dortmund momentan nicht gerade für gute Flanken bekannt. Und das hat sich auch mit der Verpflichtung von Modest nicht geändert. Nichtsdestotrotz, Cho wäre mal seit langem wieder eine kreativere Lösung auf dem Transfermarkt. Und wenn man Modest in der Rückrunde keine Leistungssteigerung zutrauen sollte und vielleicht auch kein allzu teures Risiko eingehen möchte, dann kann man es mit ihm versuchen. Wie heiß das Thema rund um ihn werden wird, ist nach aktuellem Stand schwer einzuschätzen. Denn Cho wird mit Sicherheit nicht der einzige sein, der beim BVB unter genauer Beobachtung steht. So, und jetzt kommen wir zu Thomas Meunier und die Frage, ob aller guten Dinge drei sind. Und angeblich soll Meunier nach wie vor im Fokus des FC Barcelona stehen. Und die Dortmunder Fans können es nach dieser Hinrunde wahrscheinlich kaum glauben. Aber es hält sich hartnäckig, dass er ins gesuchte Profil der Katalanen passen soll. Und hey, an guten Tagen ist Meunier in der Lage, richtig gute Spieler abzuliefern. So ist es ja nicht. Jetzt ist es so, dass Barca weder mit Roberto noch Bellerin zufrieden sein soll. Und Meunier deswegen ein möglicher Kandidat auf einen Wintertransfer sein soll. Klar ist aber, dass die Dortmunder trotz aller Kritik an Meunier eigentlich nicht im Winter verkaufen wollen. Und wenn dann vermutlich für eine saftige Ablöse. Und da müsste man dann natürlich auch noch schauen, ob Barca bereit wäre, diese zu zahlen. Im Sommer soll eine Summe zwischen 15 und 20 Millionen gefordert worden sein. Aber auch ganz unabhängig von der Ablöse müsste der BVB im Falle eines Wechsels einen Ersatz finden. Und ob sich ein geeigneter Kandidat im Winter findet und dann auch noch für einen erschwinglichen Preis, fraglich. Klar ist aber natürlich auch, sollte der BVB die Aussicht auf einen Nachfolger haben, dann wäre ein Transfer definitiv die beste Lösung für alle Beteiligten. Denn auf mich hatte Meunier seit dem ersten Barca-Gerücht den Eindruck hinterlassen, dass sich seine Lust auf den BVB mittlerweile in Grenzen hält. Und auf dieser Basis macht eine erzwungen in die Länge gezogene Zusammenarbeit natürlich keinen Sinn. Aber wie gesagt, ohne einen Ersatz wird es im Winter nicht zu einem Transfer kommen. Zumindest würde es mich wundern. An der Stelle gebe ich jetzt mal an euch weiter. Der BVB und Scho. Kann das passen? Was haltet ihr davon? Und wie soll es mit Meunier weitergehen? Sollte man ihn bis zum Sommer halten und dann weiterschauen? Oder wäre eine Trennung im Winter eine gute Lösung? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne Freunde, macht's besser und bleibt am Ball.